Hey Leute und herzlich Willkommen zur Auflösung unseres gigantischen FlossenTV-Gewinnspiels. Wir haben euch ja Ende letzten Jahres gefragt, wie oft dieser liebe Animal aus den Muppets in einer FlossenTV-Folge zu sehen war. Und die Antwort lautet ganze sieben Mal. Leider hat niemand die richtige Antwort gewusst. Das heißt, Ruhm und Ehre bleiben ganz bei uns bei FlossenTV. Damit verabschiede ich mich heute aus dem Studio. Liebe Grüße. Ciao. Bis zum nächsten Mal.